In Bagdad ist eine Großdemonstration gegen Korruption und die Regierung in Gewalt umgeschlagen. Dutzende Demonstrierende hatten zuvor versucht, Absperrungen zu überwinden. Bei den folgenden Zusammenstößen wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur INA mindestens 19 Sicherheitskräfte und 9 Demonstrierende verletzt. Die Protestierenden sollen unter anderem Steine und Bolotov-Cocktails geworfen haben. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.